das heißt ich brauche eigentlich nur 7,98 Euro 7,98 Euro dann gehts dann gehts perfekt dann gehts dann gehts Ja, das war ein Fisch, ja. WUTTUK! Prozent doch als st ich war eben auch ein Schild auf der Art Schilder hat mich nicht umgebracht alles klar ist das hier das gefilte, ich hatte kein Stück, ich hab den großen mal oben gebracht alles klar ja, insgesamt brauche ich eine 7,99 Euro Spende also 7,99 Euro und dann kann ich wieder für gute Leute echt besiegerbar aber heftig zwar auch aber ich kann den mir halt nicht leisten weil wegen der ganzen Werbung, die wir ausstellen geht das ganz schnell weg nur damit ihr wisst aber das Geld hat die ganze Zeit was wir abgegeben haben hat gereicht weil jetzt hab ich gar nicht endlich wenn mich Youtube zulässt Geld verdienen Alter aber das dauert noch so 3 Wochen damit Youtube mir eine etwas sendet ob ich darf oder nicht oh mein Gott Geld 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 Ah! 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 Ein Falsch. Hatte er jetzt grad nicht nur... Okay, da liegt nur ne P90. Und eine Scar. Oh, das hier gegen das hier. Ähm, ich möchte... ...Montagen. Ich möchte das auf Initiative aus persönlich. Ich möchte das auf! Ich will das auf jeden Fall! Oh beim ejerciceieren. Okay. Okay. Rasiert gegen den Strich. Ich werde auch keine Schüsse mehr, Bruder. Ah, ah, ah. Das ging dann doch nicht anders los. Damit die Muckstur schon mal da keine Schüsse mehr hat. Das ging dann doch nicht. Was ist denn der Muckstur? Nein, er kann nur Muckstur. Ich will doch noch keine Muckstur. Muckstur. Alter. Oh, da sind zwei. Hey. Hey. Bruder, das sind zwei. Hey. 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 Come on, Bro. Das sind zwei. Noch mehr. Lass mich doch einfach in Ruhe. Das ist zu viel. Ich muss warten, bis er kommt. Ja. 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 Der ist irgendwo wieder am Snyden. Der ist irgendwo wieder am Snyden. Der Typ ist nicht durch Fallschaden hier gestorben. Das stimmt, Zucker. Er ist durch Fallschaden. Der ist einfach wirklich durch Fallschaden. Ich dachte, der ballert mich jetzt an. Er wollte eigentlich erst zu mir kommen und fliegt da runter. Oh mein Gott, ja. Ja, wie schlecht kann man sein. Er ötet sich einfach. Er ist einfach. Er ist einfach. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Okay, ich hab nur Gewerkschützer-Turm nochmal als Trap. Da bin ich in den Büchern. Der Typ ist eine ganze Zeit umgekehrt. Da kann man eben nicht hochgehen. Vielleicht klappt es. Ok, er ist sie sogar nicht mehr. Jetzt bist du weiter. So. 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 ich hab ihn weg genau zickt letzter spieler ich hab Das war's. Das war's. Ich bin in der Zone! Ich bin... Ja, ja, Hit. Ich bin... 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 Vielen Dank.